hallo freunde und herzlich willkommen hier bei levis card 12 10 zu einer news ja viele unter euch werden schon humble bundle kennen durch meine news auch oder ihr habt selber natürlich davon gewusst aber es kann sein dass natürlich einige unter euch das noch nicht kennen denn die hauen gerade ein richtig fettes rockstar bundle raus wenn ihr einen dollar bezahlt bekommt ihr die spiele gta vice city gta 3 und max payne für diesen preis also die steam keys dazu mann hand ist leider nicht in deutschland erhältlich deshalb gibt es das nicht aber vielleicht gibt es ja noch einen weg da ranzukommen freunde müsst ihr mal schauen aber wie gesagt für einen dollar bekommt ihr diese drei wunderbaren spiele gerade gta vice city kann ich euch wärmstens empfehlen freunde die anderen spiele sind natürlich auch sehr sehr cool falls ihr mehr bezahlen möchtet für zehn dollar bekommt ihr noch zu diesen spielen auch noch bully das gta san andreas la noire und max pain 2 und wenn ihr das komplett paket haben möchtet dann gibt es für 12 euro bzw 15 dollar das la noire dsc bundle gta 4 gta liberty city und max pain 3 ja das ist richtig nice freunde und dafür habt ihr zeit fünf tage acht stunden 28 minuten und 30 sekunden freunde wie ihr seht und bezahlen könnt ihr euch natürlich mit paypal oder amazon da geht ihr einfach hier runter hier custom amount das stellt ihr einen dollar ein und dann bekommt ihr diese fette spiele für ja was sind das ein dollar freunde das ist richtig nice und ja das war die news freunde ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr abonniert kommentiert und daumen gibt ich sag bis demnächst bye bye